Auf Wiedersehen. Einsteigen. Heimrecht bleiben. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Nun werden wir mal nach oben klettern und ein paar Runden Schlaf abreißen bis morgen früh. Ja. Hoffentlich bleibe ich allein. Guten Abend. Ach, da ist ja belegt. Du meine Güte, wo schlafe ich denn? Da scheint einer im Laden zu sein. Verzeihung, der Herr da oben. Bitte? Gehört der Hut hier unten Ihnen? Sieh, das geht Sie einen feuchten Schmutz an, verstehen Sie? Ach, ist der frisch. Sieh, das geht mich schon was an. Sie müssen Ihre Sachen hier wegnehmen. He, 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 he. Werden Sie wohl mit Ihren verknorpelten Frostfingern von meinen Werten Sachen bleiben, ja? Und da stehen Sie sich, meinen Hut anzufassen. Sieh, denn qualmt es aber. Dann hat der Pauke ein Loch, verstehen Sie? Gar nichts hat ein Loch, verstehen Sie? Schlafen will ich. Meine Ruhe will ich haben. Ach, wenn nur Morpheus bald käme. Was denn, was denn, was denn? Kommt denn noch einer? Ach, wie ungebildet. Ich meinte den Beschützer des Schlafers. Sie, wenn Sie jetzt mal bitte wach- und schließt die Gesellschaft kommen, dann hau ich. Ach, so einer ist das. Ein Raufbold. Nur gut, dass man's weiß. Quatschen Sie nicht dusselig, ja? Wie Sie wünschen. Vor allen Dingen gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ach, auch das noch. Mein Name ist mies. Ja, so sehen Sie auch aus, Mensch. Munter. Wie bitte? Na, hoffentlich nicht die ganze Nacht. Wieso? Ach so. Nee. Ich heiße bloß Munter, sonst bin ich müde. Verzeihung, Herr Munter. Kommen Sie runter? Wieso, Kleiner? Weil ich nur oben liegen kann. Nun sehen Sie mal alles. Sie sind ja recht munter, Herr Mies. Also Sie denken wohl, ich ziehe Ihretwegen aus der ersten Etage in den Bullionkeller, was? Nee. Ich liege, wo ich liege. Aber man liegt doch unten genauso gut wie oben. Na also, was wollen Sie denn da? Dann bleiben Sie doch unten. Ach, unten stören mich die Geräusche. Hat man sowas gehört? Sie, hier gibt's keine Geräusche bis auf die Rädergeräusche. Na ja, aber wenn Sie nun schnarchen. Das ist ja meine Sache, nicht wahr? Und außerdem schnarche ich nie, verstehen Sie? Merken Sie sich das, Herr Mies. Jawohl, Herr Munter. Na, gucken Sie doch nicht immer her. Gucken Sie doch mal weg. Ich möchte mich gern ausziehen. Ich denke ja gar nicht dran. Ich habe schon anderen Sachen ins Auge gesehen. Na, den mache ich eben dunkel. Ja. Darum möchte ich auch hier beten haben. Gute Nacht. Schlafen Sie wohl. Ach, nun quatschen Sie nicht so viel. Ach, meine Güte. Ach, nun auch noch im Unterbett. Es wird ja eine furchtbare Nacht werden. Sagen Sie mal, vielleicht wären Sie mit Ihrem Abendgebet heute noch fertig. Sonst helfe ich Ihnen ein bisschen. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie sich nicht bald auf Ihre schönere Seite drehen, dann wäre ich aber munter. Auf was für eine Seite? Der ist weich, der Junge. Die andere Seite, Menschenskind. Einfach umdrehen. Bitte sehr. Na, da bin ich aber neugierig, was ich auf der anderen Seite erlebe. Na, na, was sind denn das für Töne? Der schnarcht ja. Das ist ja furchtbar. Sieh, sieh. Was denn, was denn, was denn, was denn? Suchen Sie was Bestimmtes? Nee, Sie haben mich beschwindelt. Sie schnarchen ja. Sagen Sie mal, Sie sind wohl vom Kaktus gepiekt, was? Ich schnarche nie, Sie morsche Brezelsie. Na, einer muss es doch gewesen sein. Sowas kommt doch nicht von selbst. So ein alberner Kratzke, so. Ich soll schnarchen, sowas. Mein Leben noch nicht zu schnarchen. Ach, jetzt geht's wieder los. Jetzt hat er aber einen Ast vor. Jetzt stinkricht er nicht durch. Jetzt werde ich aber wild. Hallo, hallo. Was ist denn? Es ist doch zum Wahnsinn, wenn Sie mir noch mal auf dem Mandeln bumsen, dann beiß ich, junge Kind. Also Ruhe bitte, ja? Ja, Ruhe. Die möchte ich gern haben. Oh, ein Quatscherkopf. Oh, das war ein Querschläger. Ja, das ist geschnarcht. Der tut sich noch was. Der muss doch ein Instrument im Mund haben. Oh, Gott, habe ich einen Schreck gekriegt. Das dürfen Sie aber nicht wieder machen. Da kann einem ja eine Fontanelle platzen. Renommieren Sie doch bloß nicht so mit Ihrem feuchten Karton her, ja? Schlafen wir weiter. Sie meinen, schnarchen wir weiter. Ich kann doch nicht schnarchen. Seien Sie schon endlich ruhig, Sie miesnig, Sie. Ja. Der schnarcht ja. Ich wäre verrückt. Himmeldonnerwetter, da möchte man sich doch vor Wut ins Hemde beißen. So einfach. Hey! Sie! Sie! Sie schnarchen, ja. Wer? Sie! Sie? Ja. Ich denke ja nicht daran. Na, ich muss es doch wissen. Wer? Ich, Sie, Sie, Schabrackentapir, Sie. Nehmen Sie das eventuell zurück? Wer? Sie. Ich? Ja. Nein. Na, dann ist die Sache für mich erledigt. Gönacht. Das ist ein selten dämlicher Hund, ist das. Und Sie sind ein alter Polter, Jochen. Ach, ist mir mies. Ach, bin ich munter. Gute Nacht, Herr munter. Gute Nacht, Herr mies. Und gute Ruh. Knappe zu. Knappe zu. Buh. Vielen Dank.